In welche Richtung sich die Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Tübingen entwickeln soll und wird, darum ging es jetzt beim Fachtag Quo Vadis Jugendhilfe im Tübinger Sparkassenkarree. Um den steigenden Erwartungen und damit steigenden Kosten Herr zu werden, streben die Verantwortlichen innerhalb der einzelnen sozialen Räume eine stärkere Kooperation mit den vorhandenen Regelstrukturen an.